heute mach ich mal ne lange hab richtig viel richtig bock auf das spiel hier ja 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 da ist stau das naja so 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 alles gelb alles gut akade ah ok kontrollnet ding ins kirchen dann pflanzen wir das ach zu wenig geld wie viel kostet das 40.000 ausgaben 400 die stunde aber es liegt ja noch alles im grünen bereich dann brauchen wir das noch nicht bauen bahn schwebebahn was schwebebahnstation geschlossen wo wo zu was kein wasser was warum haben die kein wasser die müssten hier überall wasser in der stadt haben da euch hier noch so ein pump ding hin pumpstation wahrscheinlich ist kam das wasser ja nicht gescheit hin weil die anderen häuser alles gefressen haben nein erdbeben genau jetzt nein ok warum konnte das nicht früher kommen hoffentlich macht star hier irgendwas kaputt ach hier das war ein erdbeben das war gar nichts das haben wir es leider nicht gesehen was was war das hier mal ach die schwebebahnstationer toll park ist auch kaputt und bauen wir dann einen neuen hin und eine neue schwebebahnstation so ich hoffe dass jetzt alles schön mit dem verbinden glatt läuft zu spitzer winkel ich habe es mir schon gedacht ich wusste es naja 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 so jetzt gut schön alles wieder gut ach ja ach ja wenigstens bin ich mir jetzt sicher und bin auch erleichtert dass diese funktion hier also wo ist die wo ist die gameplay glaube ich da nee nein 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 diese willkürlichen da dass das hier noch funktioniert das ist nicht aktiviert ist ich hatte schon das befürchten dass das ding kaputt ist und naja das kostet das kostet alles viel zu viel viel zu viel viel zu viel 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 zu viel ist aber auch so ein kreativer name wie ihr die züge stehen auch lustig flüchten wir von diesem ach schon wieder dieses raumfahrt ding da kommen und gehen züge und hier stehen die halt dann noch eine stunde rum weil die nicht weiterkommen aber das ist schon definitiv cool gemacht jetzt würde ich gerne nochmal so eine markt ne so eine apartment etage da niedrigen oder soll ich da niedrigen ne das ist ja die mittlere ich würde gerne nochmal eins der mittleren bauen wie viel können wir bauen etage 4 von 8 haben wir noch ok noch 4 dann ist der megaturm ausgebaut hier ist es eigentlich ganz nett nein lassen sie mal voll ach deswegen zu wenig geld 10.000 200 die müssen jetzt auch kurz ohne dem neuen klassenzimmer leben ich muss mich hier drum kümmern uns geht es ganz gut ja schön dass es euch ganz gut geht ich möchte aber dass ihr okay jetzt okay dann baue ich na wieviel 10 jetzt kann ich es äh bauen 950 950 950 passen rein perfekt 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 schön hier ich finde schön ich würde hier gleich einziehen wenn halt mal hier die Müllabwehr die Müllfeuerwehr kommen könnte Feuerwehr Krankenhaus und so weiter ach ja ach ja ach ja warum warum kommen die warum kommen warum kommen die eigentlich nicht ich habe den Satz gerade nicht rausgebracht was ich sagen wollte welche Verschmutzung ist eigentlich auch hier hier da ist Verschmutzung das wird noch schlimm da könnt ihr euch noch auf was gefasst machen Valur wo ist denn bitte schön Valur Valur Versorgungs warum ach egal ich kümmere mich jetzt noch ein bisschen um die Stadt und dann dürfte es besser sein es könnte natürlich sein dass die die hat wahrscheinlich so Stromprobleme 17.000 18.000 8.000 bau mal sowas es könnte natürlich sein dass die hier keinen Strom haben wenn wir hier nicht auf der also in der Stadt drin sind so dann stoppe ich jetzt mal den Stromkauf das machen die hier jetzt selber Strom stockender Verkehr auf der B30 weil es die Autobahn gibt aufnehmen tue ich noch gut oh ich würde gar nicht wissen wie groß die Aufnahmedatei ist ich könnte es mir denken ich will es aber gar nicht wissen so tricksen muss man hier ich will es kommen geht 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 Ja gut, ja gut. So, ich war gerade im Gedanken woanders. Seltsamerweise. Komm. Das passiert mir manchmal, wenn ich hier zu lange Let's Play aufnehme, dann schweifen meine Gedanken im Kopf ab. Dann bin ich woanders und denke an was anderes und dann vergesse ich etwas zu sagen. Also dann sage ich halt nichts, weil ich nicht da bin mit dem Gedanken woanders. Was ich glaube ich jetzt schon oft genug wiederholt habe. Wie viel kostet so ein Ventilator? 5000. Okay. Jetzt weihe ich noch kurz bis sie hier das Zeug aufgebaut haben. Dann gehe ich wieder in die andere Stadt und schaue mal ob das soweit funktioniert. So wie ich es vorhabe und hatte. Ich will aber gar nicht wissen, wie viel Stau hier, wie viel Stau es hier dann geben wird. Egal, ich gehe jetzt mal rüber. So. Gut. Sind wir gleich wieder drin. Ich hoffe, dass auch mein Mikrofon nicht knackst. Am Anfang der Aufnahmefolge war es eigentlich okay. Da hat es nicht rumgeknackst. Da hat es nicht gemeckert. Sieht auch, dass der Strom da reinkommt. Gehen die Straßenlampen an. Nein, das meinte ich jetzt halt wieder. Das Ding hat abgerissen. Müll, ja, jetzt wird es abgeholt. Das war wahrscheinlich das Problem. Was die Stadt hatte, dass die, als wenn wir nicht drin sind, keinen Strom hatten. Und somit unfähig ist zu arbeiten. Aber sonst ist hier eigentlich alles gut. Knapp 5000 verdienen wir. Passt. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Das können wir hier eigentlich noch hinten bauen. Äh, Büro. Büros könnten wir hier eigentlich hinbauen. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Service, Dachetage. Wir können wir zum Schluss bauen. Ach, wie schön wie die ganzen Leute da laufen. Hahaha, die laufen alle in den Megaturm. In den Megaturm. Oder die wollen alle da ins Krankenhaus. Okay. Okay. Zellen sind fast voll. So. Okay, dass die Polizei hier besser den Leuten helfen kann. Wie viel verdient das Casino? Okay. Über 10.000. Gefällt mir. Müll. Müll, Müll, Müll. Hier ist es schlimm. In dem Gebiet hier. Ah, Müll. Es bessert sich. Ja, doch. Das bessert sich. Also es wird sich bessern. Und das macht es auch jetzt gerade. So, dann täte ich jetzt. Dann täte würde, würde täte ich. Wieder eine Aufnahepause machen. Dann geht's. Nächste Folge. Nächste Session weiter, wo ich mache. Ich glaube, ich habe jetzt über eine Stunde aufgenommen. Ich muss gleich mal schauen, wie lange ich aufgenommen habe. Na gut. Dann. Speichere ich jetzt noch. Geht er zum Glück? Ähm, ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Session wieder. Hier von SimCity5. Also dann, bis dahin. Tschüss.